Diese Kurzversion des dritten Teils der Videotutorial-Reihe von OLAT ist ebenfalls wie schon in der Kurzanleitung zuvor eigentlich für sehr versierte Benutzer gedacht und ich werde nur in ganz knappen und kurzen Schritten beschreiben wie Dateien verwaltet und Ordner erstellt werden können innerhalb von OLAT. Um Veränderungen in Ihrem Kurs vorzunehmen, klicken Sie also wieder auf den Register Lernressourcen, auf der Seite auf Meine Einträge und dann auf den gewünschten Kurs und Sie sehen hier nun den Bereich Materialordner, das ist die gleiche Ansicht wie auch hier auf der Seite. Sie klicken darauf und haben nun hier in der Brotkrummen-Navigation die Übersicht, auf welcher Ebene Sie sich befinden und können hier mit einem Klick auf Ordner erstellen einen neuen Ordner-Skript erstellen. Hier hinein müssten auch dann die e-Skripts abgelegt werden für die Studierenden. Eine Datei hochzuladen in einen Ordner ist ebenfalls ganz einfach. Sie öffnen den Ordner, klicken auf Datei hochladen, Datei wählen, wählen die gewünschte PDF- oder Word-Datei auf Ihrem PC aus, klicken auf Öffnen und geben hier einen Titel dafür ein und klicken auf Speichern und schon ist die Datei auf OLAT hochgeladen. Sie können innerhalb eines Ordners auch Unterordner erstellen, indem Sie hier auf Ordner erstellen klicken, geben diesem Unterordner einen Namen und klicken auf Ordner erstellen. Genauso einfach funktioniert auch das Verschieben und das Kopieren von Dokumenten. Also Sie können jetzt zum Beispiel sagen, ich mache hier auf der Ebene des Materialordners nochmal einen neuen Ordner und nenne den hier Diverses. Und jetzt möchte ich die Datei Modelllernen hier duplizieren und im Ordner Diverses ebenfalls ablegen. Dazu klicke ich hier auf Kopieren und nun werde ich gefragt, wo es hin kopiert werden soll. Ich sage hier in den Ordner Diverses und schon hat mir OLAT im Ordner Diverses das gleiche Dokument nochmals abgelegt. Genau gleich funktioniert das auch mit dem Verschieben. Einziger Unterschied dabei ist, das Dokument wird an der ursprünglichen Stelle entfernt und dann am neuen Ort eingefügt. Eine weitere sehr praktische Funktion ist die ZIP-Funktion. Sie können mehrere Dokumente und Ordner markieren und diese dann per ZIP-Funktion in ein Archiv verpacken lassen. Ich nenne dieses Archiv einmal archiv.zip. Sie sehen, das geht ganz schnell. OLAT macht mir eine ZIP-Datei mit den enthaltenen Dateien und Ordnern. Noch viel praktischer ist es allerdings ein ZIP wieder entpacken zu können. Das versetzt Sie nämlich in die Lage, wenn Sie größere Dateimengen haben, um auf OLAT hochzuladen, die alle in eine ZIP-Datei zu packen, hier als einzelne Datei hochzuladen und dann mit Markieren einem Häkchen und hier der Entzippen-Funktion wieder zu entpacken. Zu beachten gilt einfach, dass OLAT automatisch den Dateinamen als Überordnernamen für das ZIP-Archiv benutzt und darin befinden sich dann die entsprechend gezippten Datei- und Ordnerinhalte. Also das war es eigentlich schon mit der ganzen Dateiverwaltung. Sie sehen also, es ist ziemlich einfach und simpel hier mit Dateien und Ordnern umzugehen. Es gibt allerdings ein kleines Problem. Sie haben als Kursersteller als einziger die Berechtigung, eigentlich hier neue Materialien hochzuladen und Ordner zu erstellen. Nun kann es aber durchaus sein, dass Sie Ihren Studentinnen und Studenten die Gelegenheit geben möchten, selber Materialien hochzuladen, zum Beispiel in Form eines Leistungsnachweises, eines Berichtes und so weiter. Das können Sie ganz einfach tun, indem Sie sagen, ich erstelle einen Ordner, für den ich den Studentinnen und Studenten einfach Schreibrechte gebe. Leider kann ich das aber nicht so machen, dass ich einfach im bestehenden Materialordner einen neuen Ordner über diese Funktion hier erstelle, sondern Sie müssen dazu über den Kurseditor gehen. Sie klicken also hier oben rechts in den Kurswerkzeugen den Kurseditor an und haben nun hier die Möglichkeit, neue Kursbausteine einzufügen. Das ist in diesem Fall ein Ordner. Nun werden Sie gefragt, möchten Sie diesen Ordner innerhalb des bereits bestehenden Materialordners anlegen. Das ist durchaus möglich. Oder machen Sie das auf der obersten Kursebene und fügen den Kursbaustein hier auf der obersten Ebene ein. Ich tue das einmal, sage hier, dass dieser Ordner Austauschordner heißen soll und kann ja hier hinschreiben, bitte laden Sie Ihre Berichte in diesen Ordner hoch. So, und sage das Ganze hier erstmal auf Speichern. Jetzt ganz wichtig ist, bevor Sie publizieren, dass Sie hier unter Zugang, hier oben, dieses Häkchen rausnehmen beim Lesen und Schreiben, hier für Lernende gesperrt. Hier muss dieses Häkchen entfernt werden, damit eben den Lernenden der Zugang zu diesem Ordner gewährt wird. Ich würde allerdings dann zusätzlich hier das Häkchen bei Attributs abhängig machen, damit nämlich dann der Wert gesetzt ist, dass nur Mitglieder der Pädagogischen Hochschule des Kantons St. Gallens hier Sachen speichern und hochladen können. Dann speichern Sie diese Einstellung und dürfen jetzt nicht vergessen, das Ganze noch mit Publizieren zu bestätigen. Hier nochmal anwählen, was publiziert werden soll und dann auf Weiter und Fertigstellen. Und von nun an ist dieser Ordner erstellt worden. Wenn Sie den Editor schließen, gelangen Sie auf die Kursansicht und sehen nun hier, das ist unser Materialordner mit allen erstellten Dokumenten. Und hier unten befindet sich nun dieser Austauschordner, in dem eben dann auch die Studentinnen und Studenten Materialien hochladen können. Falls Sie, das ist noch wichtig zu sagen am Ende, falls Sie mit mehreren Dozenten am gleichen Modul arbeiten und mehrere Dozenten die Möglichkeit haben sollen, an diesem Kurs hier auf OLAT mitzuarbeiten, ist es wichtig, dass Sie den ganzen Kurs, also dass Sie weiteren Benutzern die Möglichkeit geben, an diesem Kurs mitzuarbeiten. Das funktioniert ganz einfach. Wir können hier diese Kursansicht einmal schließen hier oben und gelangen hier wieder zurück zu den Lernressourcen. Sie müssen hier beim betreffenden Kurs, für den Sie weitere Autorenrechte vergeben möchten, hier hinten auf Detailansicht klicken und können nun hier auf der Seite bei Besitzer verwalten, neue Besitzer hinzufügen. Sie sehen im Moment sind hier zwei Besitzer bereits ausgewählt. Sie können hier sagen Benutzer hinzufügen und nun nach einem Benutzernamen oder nach Vor- und Nachnamen suchen. Ich suche nun mal nach einem Namen eines Dozenten, gebe den hier ein und wähle die betreffende Person aus und sage dann OK und kann das Ganze hier mit einem Klick auf das X dann wieder schließen und habe nun somit einer weiteren Person Zugang zu meinem Testkurs verschafft. Ich nehme das jetzt wieder raus in diesem Fall, da das jetzt nur als Beispiel zu sehen ist. Ich kann das gleiche auch wieder so entfernen, indem ich die gewünschte Person anklicke hier oben mit dem Häkchen und dann auf Entfernen klicke und somit diese Person dann wieder aus meiner Besitzer-Liste wieder entfernt habe. Auch hier wieder am Schluss die Detailansicht schließen, um wieder auf die normale Ansicht zu gelangen. Vielen Dank.